Grauen voller Fund in einem Waldgebiet am Ehrenmal in Teterow. Wanderer haben am Samstagnachmittag den Leichnam eines Mannes gefunden und die Polizei verständigt. Es handelt sich bei dem Toten um einen 34-Jährigen aus der Region, der mit massiven Kopf- und Nackenverletzungen tot aufgefunden wurde. Die Mordkommission ermittelt. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock mitteilte, fanden die beiden Wanderer die Leiche gegen 15.30 Uhr in unmittelbarer Nähe zum Ehrenmal. Ein zugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des 34-jährigen Teterowers feststellen. Im Anschluss lief eine mehrstündige Maschinerie an. Über ein Dutzend Ermittler von Polizei, Kripo und Gerichtsmedizin untersuchten daraufhin bis in die frühen Morgenstunden am Sonntag den Tatort, der weiträumig abgesperrt wurde. Laut Staatsanwaltschaft muss der Tod des jungen Mannes bereits am Samstagvormittag eingetreten sein. Die Obduktion und damit weitere Erkenntnisse sind für Montag geplant. Die Ermittler schließen ein Gewaltverbrechen nicht aus. Umfangreiches Spurenmaterial wurde am Tatort gesichert. Kameraden der Feuerwehr Teterow unterstützten die Arbeit der Polizei durch das Ausleuchten der Einsatzstelle. Die Ermittler untersuchten den Fundort akribisch, stellten dabei unter anderem fest, dass sich der Leichnam auf einer Holzpalette befand. Die Ermittlungen befinden sich allerdings erst am Anfang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Ermittlungen über die Hintergrund